Wenn man nicht schlafen kann und draußen regnet es und es gewittert, kann man wunderbar einschlafen. Viel Spaß mit dem Video, euer SultEye. Moin Leute, ich habe mir diese komischen Marken geholt für den Grabber, ja das Grab Event, Klauenkran für 11,99. Davor hatte ich mir 1000 Rubine spendiert, um da ein paar Coins zu holen für die Rathäuser. Ja, habe dann angefangen zu klauen, also zu grabben und ja, was ist denn passiert? Also ich habe den hier rauf getippt, ich habe mir die ganzen Rathaus-Skins angeguckt, was es hier alles so gibt, welche man gerne haben möchte. Natürlich wäre das, was aktuell das Highlight ist, das möchte man haben oder... 11,99? Und dann habe ich ihn bekommen? Guckt euch das an, im Hintergrund. Hä, was ist denn hier los? SultEye, du hast ja richtig viel Glück gehabt. Okay, ja, Ruhe. Ja, ich wusste nicht, wo ich hier tippen sollte, da steht SultEye, YouTube hat erhalten, ohne Zeitlimit, legendäres Klarwasser. Ja, und ich... Keine Ahnung. Ja, wir wollen mal das Rathaus-Skin, ne, oder den Skin mal aktivieren. Wir schalten das mal hier frei. So, freischalten. Angriff aller Kämpfer, Verteidigung, Lebenspunkte plus drei Prozent und Scharfschützenangriff auch noch mal plus drei Prozent. Ist aktuell besser, wie mein jetziger Skin. Und ja, ist plus sechs Sterne. Ja, was willst du mehr haben? Das deckt sich ja nachher alles, ne? Und wenn sich das deckt, kriegst du nachher mehr Prozentpunkte. Also, äh, ja, verwenden wir das doch mal. 15 Sterne aktuell, ähm, geht natürlich noch höher, aber, ne? Der Sound, das Aussehen, das ist doch geil. Ja, also, ich hätte nicht damit gerechnet, vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen nicht mit diesem kleinen Einsatz. Und ja, ich möchte euch nicht animieren, da jetzt Geld auszugeben. Das war nur purer Zufall und pures Glück. Also, äh, wenn man mal ein Zehner übrig hat, äh, ach, man weiß es ja auch nicht. Ja, das war nur Glück. Und es war auch Glück, dass ich das gerade aufgenommen hatte, weil ich eigentlich ein Video machen wollte über Tiere tauschen. Aber das hat sich jetzt erst mal erledigt. Und ja, was soll ich sagen? Ja, ich wünsche euch viel Spaß, äh, weiterhin beim Spielen. Gebt nicht so viel Geld aus. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal, ja? Haut rein, euer Sultei.